Hi, ich bin Melanie und ihr steht hier vor meinem kleinen süßen Laden Number One Mode in Templin. Kommt doch einfach mal mit rein. Tatsächlich nur die 40 Quadratmeter, sprich ich kann aktuell nur eine Kundin ins Geschäft lassen, obwohl manchmal draußen wirklich noch mehr stehen und gerne rein möchten und es mir leider nicht möglich ist und entweder die Kunden warten oder wenn sie halt gerade keine Zeit haben, dann machen sie halt einen Termin. Immer halbstündig geplant, genau, aber ja, ich sag mal, das kriegt man eigentlich alles hier ganz gut spontan vor Ort geregelt, also wir sind eigentlich sehr entspannt. Natürlich bei uns Hygienemaßnahmen ist alles da, wir haben Desinfektionsmittel und so weiter, jeder kennt das ja mittlerweile und ja, also nun wissen wir ja nicht, wir stehen ja wahrscheinlich schon wieder kurz vor dem nächsten Lockdown und selbst für Januar oder für Februar habe ich nichts bekommen und ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen, vielen anderen und ich bin einfach ja total enttäuscht darüber, dass man uns so hängen lässt. Ja, einen Online-Marktplatz für die UCA-Markt zu errichten und ja, ich war gleich total begeistert von diesem Projekt und habe mich natürlich gleich mit angemeldet und wir hoffen natürlich, dass jetzt ganz viele aus der UCA-Markt, ganz viele Einzelhändler, Gastronomen sich dort halt auch registrieren und mitmachen. Ja, wir haben den Laden natürlich komplett neu eingerichtet mit der neuen Frühjahrskollektion, auch die ersten Sommerteile haben schon hier ihren Platz gefunden, aber auch reduzierte Ware, die teils bis zu 70% reduziert ist, könnt ihr noch bei uns finden. Also ruft uns an, macht einen Termin und bis dahin. Danke. Musik 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 Musik